ja ja ok weiter geht's Uahahahaha Oh schade Warte ich nochmal zurück zum Sicherheitsraum mit der neue Waffe Waffel leer Ja leider Was haben wir denn hier? Ach ja komm, wir nehmen die und die und Jetzt lass mich Warum ist mein MediPack weg? Aber es hat sich der Computer gehalten, weil ich seit dämlich Wir haben eine Weile weg bestellt, was sie automatisch inaktiv Hier liegt noch eins Ja, Pillen Ja, oh Molotow Warte Boomer Boomer Mein Kill Ich höre einen Smoker Oh schade, ich wollte ihn mit dem Kanton erwischen Ja klar, Coach hat ihn erwischt, den hab ich erwischt Nach dem Ort geschlossen Moment Moment Pills Magic Pills Magic Pills Magic Pills Magic Mushrooms Magic Mushrooms ist und der Fall muss noch zum Ende die Mieter zum Baseball Schläger und es war nur bis an Null sagt ich dachte es wird zum B naja unterscheidet sich wirklich oder er genau hier in Schau ja sie ist das aber hier geht es ja weiter wer war vor dem Schirm Puma da war der Wur ich mag es nicht nur was für das ist auf einmal kommt es ist voll lästig und müssen wir hin bis wir hier hoch jeder war gar nicht ich würde sagen wir müssen hier hier geht es auch nicht weiter hier 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 bei mir oder kommen wir von da wir kommen von daher ne wie geht es dann weiter ich über die Mülltonne ach hier 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 da da so eigentlich und das wird mir Schubkarre spielen ich bin zwar sehr geworden was cocky ob mal städtisch ich hätte das abwasserrohr du bist ja zu hart ich muss so oder so darunter auch manu ich höre auf den Bagger in der Bagger das versteht wird am Bagger Loh das ist Hans mit Neveni mit dem Bagger und der Bagger Hildschweig Spitz beziehungsweise so ein paar Container er war es gar nicht gar leid und Dönen Portman die Bogen die Auge Wachter Taschen abbaus ist der Welt als Falle nur Ne, nix, Meldung des Tages. Hallo? Ja, 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 ja. So. Oh. Ich sehe, die Witch ist noch irgendwo hier. Die müsste irgendwo da drin sein. Ja, ich glaube da die Treppen hoch. Sollen wir uns das antun? Ähm. Ja, wow, sie hat mich gerade angeguckt. Mann, bin ich gerade erschrocken. Wie die einen anguckt, ne? Blöde, cool, blöde. Das war das, wie du dich schießt. Was? då, rennt er in die Treppe runter? Ja, 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 ja! Wieso fällt die mich an? Ja, ja! Blödsinn Welt ist meine Lieblingswaffe ich bin meine Waffe haben ich bin meinen 60 die Wurzeln 60 und 16 und 60 jährlich weil es gar nicht haben Baha Hahahaha wir hatten ja mit Molotow guckt es ein was will der von mir warum ich du hast noch ein Medikpack ne oh ja eine Feuerwehrleiter wir sollten jetzt darüber bekommen war es eine Planke da kommt man rüber latschen und muss sie wieder runter oder ich denke mal mach ich ja ich hätte mir meine meine breitfunktion kugeln an ich lieber auf weg ich bin voll gekotzt ich bin voll gekotzt ich bin voll gekotzt was haben die für Störungen die Brandkugeln die brennen dann wahrscheinlich von innen oder so ein Scheiß so ist als wenn die irgendwie mit Mücken oder so zugestochen oder verfolgt ach so also flüchten die gerade vor so einer Horde Bienen oder so ein Scheiß genau au ich glaub ich mach mal wieder meine Taschen ja genau die tun weh du ha 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 ach nein was haben wir hier schönes? nein im 16 das wird uns unter den Römer komm du stimmst ins Männerklo ich ins Weiberklo wer ich für ja abwärts warte 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 los Hunter lauf voll in die Flammen Hunter knurrt pass auf ja ich war verschissen nicht fair das Hunter ich höre ihn doch warte ich hole mir von oben die M16 meine Mund ist mal wieder leer warte warte wo war die hier ist er doch ja ja 16 reloading reloading charger warte da muss irgendwo ein Charger sein ja 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 ist er ja schuldig war ein Schuss ab und die killt den direktiv voll logisch mal wieder was ist das hier für scheiß Lagerhaus alter gar nicht vor Winkel oder so hier werden tonnenweise irgendein Warnungsstoff gelagert so so sie wollen bis zu uns wie eine Baustelle wir gucken mal hier wie es wird eine Kiste mit aber er ich gebe ein Haus hier sind die vier die 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 r die 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 eigentlich mehr so ein Hunter was man ihn ja schwer hat auch so wieso deins hatte ich nur ein Leben ein das schädlich der Name darauf blau wie schnell kam wieder grad hochgestimmte bieter alter wie schnell wird zeit für das katana dann noch als bieter gehen au 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 also zum bisschen macht nichts aus das ist toll gell irgendwie bist du annähernd tod mehr ich verarzte dich wo zum geier kam der jetzt her die wachsen aus den wänden das finde ich soll ich verarzten warte ich gibt für die eigentlichen als an den schuss geben moment ich mache mir hier unten brennen da würde ich nicht gern jetzt runterfallen bei der holen vor ort was habe ich alles habe ich schon gefordert freude was auch das gesehen was ich gesehen habe etwas bitter hierher die kanalisation so kommen wir jetzt hier hoch ach hier ist eine leiter gibt es dann ein und gibt es dann ein auto gar keine zombies sind selbst hier unten wird es von den fischern hier war noch kein irgendwas ach so noch mal ein medic pack hunter 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 hilfe ich glaube ich habe etwas falsches gegessen übel Magen zwicken es ist ja heftig locker ich hab wo wir sind als ich gerade den hunter mit dem katana gekillt um schutzraum jählen er hat man hat muss man zuhören wenn wir über den Boden läuft ist also das schutzraum hier kommt auf jeden Fall erstmal nichts durch es kommt schneller so miese Brücke du schützt da runter und ich schützt hier rum ach da kommen sie ja schon hat man jetzt eigentlich schon einen Tank? hatten wir erst einen Schutzraum? ne gell? wo kommt ein Blitz an die Brücke? die kommt hier eigentlich irgendwie wir nicht oh verzeihung irgendwas steht mir am Magen halt nicht irgendwas ist schon los da brütet was aus hab ich irgendwie was falsch gemacht oder passiert dir jetzt gar nichts ist mir da runter? ich weiß es nicht oder da lang? ja aber hier ging ja das Tor auf ja 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 jawoll die Partie auch beim nächsten Karten wir wollen der Schutzraum ist da hinten hier ist er dass wir mussten darunter ist auch scheiße wir stehen da ewig rum ich will die Leiter hoch lasst mich in Ruhe auch nix steht da rein die Leiter sprinten wir werden schon noch Adrenalin im auch toll ich glaube wir gehen gleich noch mal Baden vollgas haaaaaaah ich steu mich einfach nur noch da durch au ok alter 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 ich glaube da muss mein Katana ran jetzt hätte ich gern mal einen M60 wieder da der hat ein Medic Pack da im Wasser liegt ein Medic Pack oder ein Boat ich habe ich habe eins ich kann aber hier Leiter Leiter hier bei mir Reloaden ist noch ein Medic Pack ich glaube dafür dass es nichts verfolgt hey wo schön hat man es genommen immer noch nicht Schutzraum hier los ihr wollt mich doch wohl verkackert ein doch dass sie schalten die Schutzraum zu sein aber wir haben eine Köln Köln um Prozent wo schon ab 1 und mehr gekündigt da wo da die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017